Komm ich rüber zu dir? Ein Funken von Vertrauen Das war nur das Intro, boah, das ist echt, also das ist wirklich mal eine andere Art von Spiel oder von Multiplayer, voll geil Oh, so was ist das? Hey Leo, du hattest nicht wirklich einen Erkaufsplan, hast du? Ah, ui Ja, 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 sicher, aber wenn es nicht für mich war, wirst du noch da sein Don't forget I saved your ass, twice I don't know about that saving my ass part, but I'll give you this, it did help out, a little bit Vincent, a little bit Right Typisch, ganz typisch, ganz typisch Das heißt aber, wir werden entkommen, wir wissen auch noch nicht genau wie Wir wissen ja auch nicht, wo wir gerade sind, vielleicht fliegen wir zum nächsten Gefängnis Meins, ja, ja, gut, das kann gut sein Nein, nee, ich glaube nicht, ich glaube nicht Es sah so aus, als hätte man uns entlassen, weil wir diese Westen anhatten und alles Hat man uns ehrenvoll Ja, das sieht halt so aus Ehrenvoll entlassen, natürlich Weißt du, was mir in der Szene gerade noch gefehlt hat? Puma greift an Puma Die Stimmen, ah, voll gut What's up, Leo? I need to get up on that roof, can you make it happen? It's gonna cost you You know I'm good for it Just get me up there Fällt den Wachen das nicht auf? Nee Alles korrupt Und so doof, der weiß doch genau, dass die nichts Gutes vorhaben Ja, das ist halt Wie gut das einfach ist, wie gut So, was habe ich hier? Ich kann Willst du mit ihm reden oder ich? Ich bin hier länger, ich rede mit dem Der kennt mich Siehste? Okay Okay Das wollte ich dem sagen So, guck mal, das Dach, da gehe ich rauf Also, ich rede noch mal mit denen, aber hier hinten sind zwei Teareimer, die wir vielleicht benutzen können Ah Um gleich für ein bisschen Ablängung zu sorgen Ich rede aber vorher noch mal mit dem hier zu Ja, ja Zum letzten Mal war ich hier Ja, das ist mein erstes Mal Ich bin nicht sicher, ob ich es mag, aber ich habe es besser gemacht Ach, das ist Teare Okay Das stinkt so eklig Heißer Teare? Ja, finde ich widerlich Echt? Weiß ich nicht Kommt immer drauf an Manchmal ist es okay Wenn man auf so einem heißen Hausdach liegt zum Beispiel Dann ist es okay Das ist einfach so wie Sandra, wenn ich irgendwo putze Reinlaufen Tja, haben wir das ganze Dach Wie bleiben wir mal her hinkommen? Ich bin Magician Magician Super Okay Schnappen wir uns beide so ein Ding hier, oder was? Ja Und dann mal gucken Brechen Oh, ich kann das Ding durchhalten Ah Ich auch Ich weiß nur nicht wie Ah Okay, gut, dann Ja Oh, bei mir geht es gerade nicht mehr Ah Das ist ja ärgerlich Ich frage mal den Magier, ob er den wieder ganz machen kann Das ist der dritte von den Ehrlich Brothers Waren eigentlich Drillinge Interessant Ah, mal gucken, ob der dann nämlich weg geht Ah Sodass du dann hier rumkraxeln kannst Und dann machen wir Räuberleiter oder so Aber der andere muss glaube ich auch noch weg, oder? Oder Der guckt Guck mal, der guckt doch einfach so in die Wallachai Der bewundert die Aussicht Oh, hier ist auch noch was Aber ich glaube, ich kann nicht nix machen, solange der die Wache da ist Nee, ich muss herbleiben Ich muss herbleiben, du musst hoch Achso, okay, okay, okay Go, go, go Ich hoffe, die andere Wache sieht mich nicht Kann sein, dass wir gleich tot sind So Meinst du, weil der sofort schießt? Alle Hoppa Jetzt habe ich Ter auf den Schultern, weil du da reingelaufen bist Na toll Siehst du? Stell dir mal vor, du wärst unten Ah, stimmt, du hast recht Ich hoffe, dass ich mich nicht Okay, habt ihr Meißel? Irgendein Meißel? So, jetzt muss ich den hier ablenken Oder? Ich springe aber runter in den Hof Kann ich den ablenken? Die Wache ist aber auch noch da Vielleicht kann ich Ah, vielleicht Warte, warte, warte Brauchst du vielleicht gar nicht Ich habe eine Idee Wenn der mich nicht sieht hier oben Kann ich über das Dach nach hinten rum Wo wir gerade geteert haben Dann stehe ich hier mal so im Weg Weil der guckt so ein bisschen in die Richtung Ja, genau, deswegen Okay, jetzt doch Warum sagen sie das? Ich kann mit Komplimenten nicht gut umgehen Geh weg So, alles füllen Nein, die ist verriegelt Was? Äh? Ähm, ich hoffe, hier ist sonst niemand Ah, ah, warte Ähm, äh, 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 ne, ich... Äh, 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 ne, ich... Alles okay, war nur heuch-keuch-husten Weitermachen zu Fred now. Ach so. Warte, warte, warte. Fred? Nee, Fred. Ach, Fred. Dem anderen hier. Hey, Fred. Geil. Voll geil. Boah, gut. Das ist aber so cool, weil ich achte komplett auf meinen Bildschirm. Ich kann kaum auf deinen achten. Ich weiß, da passiert auch ein Film, aber... Und dann bin ich bei dir sau unaufmerksam, wenn du gerade... oder was machst. Das ist genau. Voll geil. Hey, Leo. Hm. Sup, Fred? Ich habe etwas特別es für dich, zu lesen. Hm, das Drehbuch. Sure, ich will. Komplettlösung. Ja. Ach, der ist super nice. Aber das heißt, der Fred ist ein sehr Vertrauenswürdiger in dem Knast, weil den haben sie mit dem Meißel einfach durchgelassen anscheinend. Mhm. Den haben wir denen ja extra gegeben. Der hat den Büchermann. Augen offen halten, aus Zelle entkommen. Was passiert, wenn ich hier... Schau. Ah. Ach, du Scheiße. Ich, ähm, mach erst mal... Oh, was? Vorsicht, da kommt eine Wache. Da kommt eine Wache. Blablablablablablabla. Äh, was? Ablenken, du kannst sie ablenken. What? Ähm, kriege ein paar Decken, ist morgen Besuchstag. Knack! So. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh, nein, nein, nein. Scheiße. Du sollst reden! Zu dumm zum Reden. Oh, Mann. Jetzt habe ich gerade ganz kurz geguckt, was du machst. Oh, Mann. Ich darf das nicht tun. Ich habe am Klo rumgespielt. Das möchte ich nicht beobachten. Ja, ja, okay. Alles klar, okay. So, nochmal. Voll gut, Alter. Das ist so gut am Spiel. Oh, Gott. Das ist echt gut. Es ist so gut. Ich spiele schon mal am Klo. Alles klar. So. Ah, ich bin blind. So. Oh, Gott. So, hier kriege ich noch ein paar Decken. Äh. Äh. Okay. Das war's. Abbrechen. Oh, das klappt. Äh. Schlecht geträumt. Oh, Alter. Nein! Auch was? Der Kamandra. Wie gut. Alter, wie gut. Okay. Alles klar. Ja, vielleicht nochmal ein bisschen. Das hat ja gut geklappt. beste ausbrecher profis ich kann selber rausgucken darauf werde ich achten ja du musst du musst dich beeilen mann ich kann dich nicht so lange ich kann nicht so schön hier ja das schöne grau okay also keine decken sondern was anderes haben sie ein buch für mich ist morgen besuchstag die ganze nacht zeit wenn sind die ganze nacht okay von wo kann der andere jetzt dahinten aber von wo kam der ist vielleicht zufällig guck mal wieder in die andere richtung ist sicher mal das gebiet ab okay alles easy keiner kommt vorbei okay gleich spawnt hier einfach einer niemand oder spiel haben sie jetzt einfacher gemacht weil wir zweimal versagt haben ich kann nicht schlafen verdammt ich könnte jetzt aber gar nicht ich denke ich stehe hier auch mal weiter wir sind ruhelose seelen wie im richtigen leben okay jetzt kommt der andere typ jetzt kommt der andere typ na abend officer na abend ja schön das ist aber neugieriger bursche ich glaube du kannst ich unterhalte mich mal mit dem oder mit dem kann ich mich gerne ja 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 okay jetzt aber go der andere typ kommt auch schon hier aber durch die zweite was ein bisschen zeit guck bei mir auf monitor wenn er kommt ja ach was ist denn die tier scheiß die wand an Warte, warte. Ja, ja, nee, nee. Achso, easy. Dann brauch ich den ja gar nicht voll lab... Oh, fang mal rum! Doch, laber, 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 laber. Nein! Lava, laber, laber, laber. Okay, was machst du denn da, Alter? Ich mach Sport. Was machst du denn? Fang mal rum! Ich muss das wegtippen! Oh, wieso? Alter, Alter. Vorsicht da. Ah, der zweite kommt, ja. Alter, wie gut! Aber ich wette, hinter dem Gitter stehen ist noch irgendeine Wand, die ich durchbrechen muss. Weiß ich nicht, weiß nicht. Mit so einem alphanumerischen 36-stelligen Code oder so. Irgendwas Einfaches. Oh, das ist eine Titanenlegierung. Da musst du einfach dann tausend Jahre draufkloppen mit der Vogel des Schicksals oder so. Okay, ja, ich glaube, du kannst. Ich glaube, du kannst. Ja. Der andere kommt auch wieder, aber diesmal lenkt sie ihn ab. Genau, genau. Ich lenke den einfach ab, mach ein schönes Gespräch. Da kannst du, da kannst du easy. Ja. Okay. Meine ganzen Cookie-Clicker-Skills. Yeah! Ja, nice! Ich klicke bis zum Morgengrauen. Fang, fang, fang. Also langsam. Okay, fertig. Okay, super. Kann ich ihn mal das Gleiche fragen? Der freut sich. Der freut sich. Der vergisst es auf dem Weg nach vorne wieder. Das ist schon ganz einfacher. Gut, wunderbar, der andere kommt nicht. Perfekt. Go. So. Ich halte die Augen offen. Hoffe ich. Hoffe ich auch. Tipp, 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 tapp. Tipp, tipp, tapp, 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 tapp. So, mal gucken, was ich jetzt auch machen muss. Ich glaube, du bist durch. Ich hab das Bernsteinzimmer gefunden. Ganz leise. Hitlers Tagebücher. So, ich glaube, wir haben es, ne? Da. Da, nimm. Nimm, nimm. Nimm. Okay, warte zurück. Abbrechen, abbrechen. Ich höre Schritte, ich hab Schritte gehört. Ich hab Schritte gehört. Ich dachte, ich kann das gleich so nehmen, wenn ich an der Tür hänge. Okay. Jetzt macht er Visite, pass auf. Ja, toll. Haben Sie ein Schraubenzieher in Ihrer Hose oder freuen Sie sich? Yeah. Na, ein Officer. I'm not tired. Okay, warte, ganz kurz, ganz kurz. Ich guck nochmal vorsichtshalber. Oder du guckst ja gerade, ne? Da kommt jemand, glaube ich. Aber da kam jemand. Da kam jemand. Also jetzt nicht nehmen? Jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt nicht. Okay. Da, ich sehe nämlich Licht. Das ist noch weit genug, oder? Das ist 100 Kilometer weit weg, ich kann. Alles klar. Okay, Werkzeug nehmen. Okay. Oh, wir haben uns berührt. Jetzt musst du dasselbe machen. Was? Willst du verarschen? Was? Nein? Okay. Oh, wie gut. Es kommt jemand. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich muss mein ganzes probieren. Okay. Oh, wie gut. Okay, es kommt gerade. Macht natürlich auch Sinn. Macht natürlich auch Sinn. Ich guck einfach bei dir immer. Ach, wie geil. Ich lenke mal noch nicht ab. Ja, genau. Das ist gut. Dann geht er nämlich schneller wieder weg. Guten Abend. Und... Grüße sie. Mach ich gleich. Okay, komm. Ist frei? Ist frei? Kannst kurz gucken? Ich kann noch nicht gucken. Du kannst aber nicht immer gucken. Warum immer? Also... Sollte eigentlich gehen? Hä? Hä? Mhm. Ähm. Ich... Kann nicht gucken. Hä? Aber hier... Ich kann gar nicht gucken. Ha. Ähm. Ähm. Bei mir wird kein Dingsbums angezeigt gerade. Das muss aber gehen. Warte. Das ist... Äh. Hör auf. Ich hör Schritte. Ich hör Schritte. Ja. Nein, 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 nein. Jetzt schieb das weg. Kreis, 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 Kreis. Ja, ja, ja. Ich spreche aber ganz knapp. Oooh! Ich denke immer... Wann brauchst du aber vielleicht das? Wie viel Geld verdienen sie eigentlich, mehr als ich? Ich will nicht schlafen. Warte, da kommt gleich wieder einer? Aber jetzt kann ich wieder gucken. Ah, das ist sehr gut. Wunderbar. Okay. Na, Wendt? Ich wohne hier. Wie soll man denn da pennen, wenn die da rumlaufen und reinleuchten? Ja, wirklich, ey. Weißt du, wir zahlen die Miete. Ein Zimmer, Ausblick auf den Oka. Und... Ready, set, go! Alles klar. Dann geh halt noch langsamer. Okay, was muss ich machen? Ach so, uäh. Ach so. Kommt jemand. Reingelegt. Alter, fang auf. Alter Gefängnissherz. Kommt niemand. Hä? Oh, was? Ich bin aus dem Spiel rausgetappt. Was? Okay, ich war gerade aus dem Spiel raus. Es kommt langsam eine Wache. Ganz langsam. Einen kannst du noch. Ja, ja, ja. Noch ein. Du kannst... Nee, oder? Ja, nee, ja. Wo ist denn der? Ach da, ja gut. Das ist gut getimt. Alter. Schönen guten Abend, Officer. Hi. Wie viel verdiene ich eigentlich? Mein Bett ist kaputt. Wollen wir es reparieren? Mein Bett ist kaputt. Was willst du, dass ich es tun habe? Ich will, dass du es reparieren kannst. Nicht mein Problem. Geh zu schlafen. Nee, nee, nee. Guten Abend, ich stehe auf Standby. Okay, der andere kommt gerade. Der andere kommt gerade, genau. Da war ich nochmal ganz kurz. Die machen hier Staffellauf. Wunderschönen guten Abend, Officer. Ich habe hier geparkt. Wir müssen doch echt doof aussehen, wie die ganzen Tage nur so am Gitter stehen. Ja, super. Du hast noch ein paar Bücher bei dir. Bei mir ist ja gar nichts. Ja, stimmt. Du hast Klopapier. Geil, kann ich auch lesen. Und du kannst. So. Nein? Äh, doch, doch. Mach mal. Alter. Denk mal. Okay, okay. Alter Gefängnisärzt. Du fällst zweimal rein. So, und dann aber aufhören. Dann aber aufhören. Und aufhören. 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 Wie gut, dass er die Frage vergessen hat. Mhm. Namen, Chef? Ich bin ja Hausmeister. Ich muss hier stehen. Ich stehe hier hoch den ganzen Tag. Und der andere kommt auch wieder. Alles klar, okay. Na, Ben, ich übe von meinem Nebenjob als Schaufensterpuppe. Schön. Der Nachtwächter. Wissen Sie, dass Sie auch hinter Gittern sind von da aus, wo ich gucke? Höh. Sind wir beide im Knast. Okay. Okay, kannst. Ja, ist klar. Haben wir ja auch gleich. Ist ja gleich. Der kommt schon wieder. Was soll das denn? Okay. Okay, das schaff ich diesmal. Ja, ja. Lenkst ihn ab. Nein. Oh, rausgetappt. Oh, lol. Egal. Was, wenn jetzt einer von uns auf Klo muss? So'n Scheiß. So'n Scheiß. Boah, alter. Oh Gott, das ist bestimmt eine Scheißidee, Funk. Lass uns einfach hier drin bleiben. Ich würd' auch lieber. Das Bett sieht so gemütlich aus, jetzt gerade, wo ich so ansehe. Boah, ich bin wieder in meiner alten Position. Okay. So gut. Ich stell mich, ich warte hier einfach. Ich stell mich einfach gegen die Wand. Für zwei Jahre. Da sind schöne Sachen bei dir noch dran. Von den vorherigen Insassen. Ja, ich seh, ja, ein bisschen vergilbt vielleicht. Okay, komm. Ich würd' aber das Klo wieder zurückschieben, Mann. Machen wir. Also wir machen es vorher das in Kronkraucheln. Wirklich? Aber wirklich auf die Millisekunde genau. Uh, wie gut. Ah, der Klo zurück. Sehr gut. Wie auch immer er das jetzt gemacht hat. Ah, it's disgusting. Ähm. That smell, man. Ja, jetzt ist eigentlich mal eine richtige Knastfolge. Human Centipede. Und Erik. Und er hinten. So, toll. Danke, dass ich nicht weiter darf. Oh, hier hätten wir nochmal sowas. Wollen wir weiter tippen? Nee, wir müssen nach oben nicht warten. Ich dachte, hier war gerade was. Okay. Ich dachte auch. So, schön. Dann kann ich ja direkt nach dir. Kann ich gerade nicht. Jetzt kann ich an Leiter. Wie sauber das hier ist. Wie geleckt. Ja, wundert mich ein bisschen. Alter. So, wir müssen durch den Ventilator springen. Wahrscheinlich müssen wir wirklich ruhig. im Ventilator, aber. Ach, hier sind unsere. Nee, das sind die Zellen da drüber. Glauben wir müssen wir hier lang? Nee. Ich weiß es nicht. Erstmal gucken. Hier geht's rein? Irgendwohin? Ah, okay. Hier ist nischt. Die Tür kriegt man nicht auf? Okay. Tja. Schmeckst du die Freiheit? Mmh, ja, endlich. Die grünen, die grünen Wiesen und alles. Guck mal, hier bin ich groß geworden. Genau in der Ecke. Toll. Ah. Hier hinten habe ich meine Kindheit verbraucht. Oh. Ah, sehr gut. Wir müssen beide halten. Händchen. Halt die Stange. Ah, siehst du? Nein. Ich kann ihn auch ablegen. Mit deiner prächtigen Stange. Gucke. Und du kannst ihn nehmen, wenn du willst. Nimm meine Stange. Achso, wir können ja auch gemeinsam die Stange halten. Das ist so doof. Möchtest du das machen? Hältst du den echt da rein? Ich halte den da einfach rein. Ich brauche da nicht mal die Stange für. Oh, ich kann da gar nicht hingucken. Der bricht einfach, pass auf. Halt dein Rohr rein. Oh. Geh durch, geh durch, geh durch, geh durch. Oh. Ich lasse mir aber auch gut sein. Tschüss. Ja, mach's gut. Grüß die Freiheit. Jo. Danke. Ich schiebe das Klo zurück. Ach, wie cool. Aber jetzt kann ich aber bei dir gucken. Das ist auch geil. Wow. Alles klar. Ja, das ist natürlich ein bisschen einfacher. Ich bin Magneto. Was ist das? Wunderschuhe? Wow. Natürlich. Ähm. Was ist das? Schacht Konrad. Ja. Wir brauchen etwas, um da zu hoch zu kommen. Ja, wir machen es. Wunderschuhe. Over here. Ein Schlitz. Ach was, jetzt machen wir so Rapunzel-mäßig. Im Knast ein Schlitz finden ist wie Weihnachten. Das ist wie Weihnachten. Wir brauchen eine Karte. Als wir die Karte haben, ein von uns muss in es. Dann was? Die Karte wird inspektiert und dann bringt es nach hinten. Was bedeutet das, dass sie inspektieren? Keine Worte. Das ist nicht so schwer. Als wir in ein paar Schenzen sind, wir sollten gut sein. Okay. Oh.